Gib mal! Ich weiß ja nicht! Jetzt hat der auch noch Fenster eingebaut, oh mein Gott. Ich will nur einen, Harald, wie nehm ich nur einen? Nein, das ist es nicht. Ich will, was denn? Ich will nur einen in die Hand nehmen. Alter, du brauchst doch nur IQ drücken, du schmeißt doch eh nicht alle. Ach ja, stimmt. Oh, Penner! Man kann alle wegschmeißen, wenn man im Menü einfach draufklickt und dann... Danke. Ich weiß zwar nicht, ob das klappt, aber... Also ich wusste immer, dass man das irgendwie machen konnte, aber... So, Moment, äh... Oh, hast du Fliegenpilze, nein, ne? Mhm. Ach, Mann! Wir müssen ja ehle nicht verhungern. Oh Mann, die Fliegenpilze sind auch in meiner Dingens. Ich hätte uns jetzt eine schöne Suppe kochen können hier so abends, Mann! Und wie findest du meine erste eigene Bude? Ja, 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 ja! Sie ist genauso klein wie meine. Weißt du, was geil ist? Nein. Ich hab ne Bude, du bist obdachlos. Bin ich gar nicht, ich hab meine Höhle. Dann geh doch raus. Hier, bitte, da ist die Tür. Ja, warte, stellst du die Tür zu! Penner! Ich würd dich ja hauen, aber dann haust du mich zurück und dann bin ich tot. Wage es ja nicht! Ich hab, hör auf damit! Ich hab jetzt ernsthaft, ich schwöre, ich werde die explodieren lassen. Und glaub mir, ich kann das. Als Server-Admin kann ich dich hier... Aber hör mal auf, Mann. Nein, das... Ja, doch, irgendwie geht das auch. Aber das kann ich noch nicht. Da muss ich mich erstmal informieren. Aber ich kann dir 1000 Schadenspunkte zufügen. Das hört mir gar nicht zu. Hm? Ich hab gesagt, ich hoffe, hier erscheint gleich ein Monster und schießt ein Pfeil durch das Loch hier. So. Ja, und was soll's? Dann verstecken wir uns hier am Rand. Das ist auch egal. Das Einzige, was uns gefährlich werden könnte sein. Enderman-Wiss. Spinne? Oh, da vorne ist ne... What? Die Schess-Tür zu! Oh mein Gott! Dass ich hauen! Oh mein Gott! Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit den Fackeln da dran. Andy und, äh, ja, der vegetarische Enderman hier. Andy am Andy! Andy am Ende! Andy muss verhungern! Man müsste es mal so machen, dass man den Kopf schütteln kann. Das wäre lustig. Guck mal an. Warte. Ja, toll. Nicht im Genickbruch, bitte. Ob ich ihn färben kann? Nein, schade. Also ich mach erstmal nen Schnitt. Ja, ich auch. Oh mein Gott! Schön, dass du sie für sie, äh, für uns ablenkst. Na, bist du immer noch böse Spinne? Böse! Ne, doch nicht. Nein, sie krabbelt nur. Da unten ist aber ein Skelett. Vorsichtig. Rechts. Stopp. Ungefähr nein. Weiter links. Da unten, genau. Oh, der steht in dem Schatten. Ich bin beklappt. Naja, das ist ein schlaues Skelett. So, und jetzt muss ich erstmal meine, meine Höhle suchen. Hi Spinnees, ihr tut mir doch nichts, oder? Nein. Boah, Gerodoku-Set sehen die so cool aus. Boah, man sieht sogar Zähne. Geh jetzt erstmal Schweine schlachen. Ja, ja, ich hab ein Knochen. Ich bin hier rumdüsen, ey. Ja, ne? Ziemlich viel, aber mein Gott, so langsam ich mich nicht angreifen, ist mir das Latte. Boah, überall Knochen. Meine Höhle, wenn ich einen Wolf kriege, äh, Wolf finde, kann ich den zähmen. Oh ja, die hier gleich mitnehmen. Die finde ich in meiner anderen Map nämlich so selten, diese Scheißteile hier. Oh, aber da finde ich Knochen, um so einen Hund zu zähmen. Ja, deswegen sag ich ja, juhu, ich hab Knochen, ich kann sie zähmen. Ich hab einen Knochen. Ja, wie ging der Song? Nee, anders, ach, keine Ahnung, ich kenn das nicht aus. Der irgendwas Knochen hängt an dem irgendwas Knochen. Genau, irgendein Knochen hängt an meinem Bein Knochen. Was denn? Ich glaub, mein Minecraft schützt euch ab. Warum? Weil ich hier eine komplett schwarze Flecke hab, irgendwie. Achso, jetzt ist das... Oh mein Gott, ist das tief! Oh, cool. Wir können ja mal auf Höhlen-Erkundungstour gehen demnächst. Das ist bestimmt witzig. Nein, liebe Kohle, fall doch da nicht runter. Ich möchte jetzt endlich mal mein Ding finden. Ist das doof. Grunz, grunz. Egal, wenn ich hier schon suche, kann ich aber alles aufs Abholzen. Ach, doch, wir werden Endermans. Das bist du. Ich muss gerade sagen, ich beruhe. Ich bin Endi. Ich spüre so ein Loch, guck mal. Dass aber mal so Löcher im Boden sind. Ja, warum sollten sie denn nicht? Wo sollen denn deiner Meinung nach sonst Löcher hin? Eigentlich ist das eine sehr gute Frage. Ne? Was ist ein Loch im Loch? Ein Paradoxon. Okay. Ein Loch im Loch. Eine Blondine? Ne, das ist der Stängel im Loch. Das ist das noch verwechselt. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe eigentlich gedacht, bei Hohlraum noch mehr Hohlraum. Oh, jetzt kommen Flames. Nein, ich mag blond. Ich mag keine Blondinen, aber ich mag blond. Ich mag, äh, wie bezeichne ich die jetzt? Ja, das Ding ist, ich hasse Blondinen einfach, weil die, also die meisten, es tut mir leid. Ich hasse nicht alle Blondinen, aber die meisten, die ich kenne und an der Arbeit, aber ganz ehrlich, das hat an der Arbeit die meisten Brunetten sind genauso bescheuert. Aber ich glaube, Blonde machen sich immer absichtlich dumm. Das nervt mich irgendwie total. Dieses, ah, ich bin blond, ich bin ja so süß und dumm, oder? Und passe voll in das Klischee. Das kann ich nicht leiden. Es ist einfach erstaunlich, wie man gerade auslaufen und trotzdem mein Loch übersehen kann und plötzlich macht man einen Absturz. Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Hier Gott sei Dank noch nicht, aber... Also ich wäre gerne blond. Nicht dumm, aber gerne blond. Oh mein Gott. Was denn? Das sage ich nicht, das ist zu episch, das soll nun mal im Video sein. Toll, Arschloch. Ich glaube, ich setze mein Haus um. Hast du den Lava-Kern gefunden? Ich habe einen Lava-Ding gefunden, ja, aber hier ist noch... Die habe ich vorher schon gefunden, Arschloch. Das ist eine riesige Schlucht in den Berg hinein. Ja, und? Oh, wie geil. Meine Güte, der Catchpad spielt echt zu wenig Minecraft. Das ist noch erstaunt. Das ist ja nur wirklich ein alter Hut. Du Schwein! Was für ein Schwein? Was für ein Schwein? Aber ein Schwein ist wirklich geschlachtet. Toll, Arschloch. Ich brauche jetzt einen Ofen, dann grill ich das und dann fresse ich das auf. Dann schaue ich es quasi noch einmal. Ich bin nicht verlaufen, ich weiß nicht, wo mein Haus ist. Da vorne müsste es irgendwo sein. Das Ding ist, ich habe auf einer Flachland-Map jetzt mal spaßeshalber ein Riesenhaus gebaut und natürlich hat es angefangen zu gewittern. Oh, und es hat eingeschlagen. Das kracht ja ordentlich. Ich habe mich voll erschreckt. Total geil. Du hast dich voll erschrocken. Ich habe mich voll erschreckt, ja. Man sagt das nicht. Oh, ich habe mich erschreckt. Das ist doch okay, Mann. Das ist zwar in der Theorie Vergangenheitsform, aber das ist doch egal, Mann. Ich habe mich erschreckt. Gibt es nichts. Es gibt nur erschrocken. Natürlich kann man sich erschrecken. Schon was von Pass? 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 Present gehört? Wenn man so mutig ist wie ich, dann erschreckt man sich nicht. Oh, ja. Du sowieso, Miss Slender. Ganz ehrlich, bei Slender war ja nicht viel los. Ja, weil du Glück hattest. Du bist ja auch immer da rumgetrampelt und hast ihn nicht gesehen. Und hattest nie diese tollen Schockmomenten. Du lamey. Kann ich doch nichts führen, wenn er da nichts umsinnigt. Und brep, schwarzes Schaf. Yeah. Stirb. Tut mir leid. Ich brauche Wolle. Da hat er recht. Das Ding ist, dass mit dem Schlafen gehen und im Bett und so weiter, das klappt aber, glaube ich, meines Erachtens nur, wenn alle, die auf dem Server spielen, gleichzeitig ins Bett gehen. Also jeder muss im Bett liegen, damit das wirkt. Oh, ich habe wenigstens mal einen Apple gefunden. Juhu, ey. Ich will immer jetzt was Schönes braten. Naja gut, der Sättig ist ja jetzt auch eine Bratwurst. Schon klar, Mann. I believe in Bratwurst. Kannst du mir nicht nehmen. Ah, ich habe kein Holz mehr. Doch. Ich weiß immer noch nicht, wo mein bescheuertes Teil ist. Ich finde das nicht mehr. Die sind gerne wiederbekommen, die Nacht in der Kase der LTF. Nein, ich will mein eigenes Dreckhaus. Und ich meine damit nicht, dass es ätzend ist, ich meine, dass es aus Dreck besteht. Mein Haus ist cool. Ich habe auch nicht gesagt, dass es hässlich ist. Ich habe nur gesagt, ich will mein eigenes Dreckhaus. Nein, 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 nein. Ja. Einfach mal die Fresse halten. Das sieht cool aus, ey. Berg und einen riesen Baum drauf. Ah, das ist das, was mich so nervt. Ich sehe nämlich diese dummen Texturen erst, wenn ich ganz nah dran gehe. Das finde ich ein bisschen doof. Es ist noch erstmal schön gebranntes Fleisch. Ich habe auch gemerkt, ich habe ja in diesem Flachland auf dieser Karte habe ich ja mit Sheets gespielt, weil ich halt die ganzen Sachen mal haben wollte. Oh mein Gott. Und das Ding ist, ich baue viel zu groß. Ehrlich, das ist so dumm. Deswegen, ich werde es auf keinen Fall mit Sheets spielen, weil ich viel zu viel baue. Ne, ehrlich, das Haus war so dermaßen ätzend so groß. Das war schon nicht mehr schön irgendwie. Lange lebe der Kreativmodus oder so ähnlich. Ja, ich mag Kreativmodus ja schon, aber ich mag so ein Mittelmaß. Zum Beispiel, ich würde mir jetzt zum Beispiel einfach nur so gerne so ein bisschen Wallet sheaten, die man, ich kann es ja auch mit anderen Sachen benutzen. das ist jetzt gut. Fürs Bett würde ich es jetzt nicht machen. Aber zum Beispiel für ein Dach vor einem Haus. Ich finde, da ist es noch, oh mein Gott, Enderman, da ist es noch angebracht. Irgendwie erwarte ich jetzt als, dass der auf einmal hinter mir steht und es boom macht. Was hast du überhaupt für ein Ende? Hä, wieso boom? Naja, immer wenn Slender hinter steht, boom, kriegst du einen riesen Trommelschlag. Außer du, du kriegst einfach krisseln und das war's. Das ist total öde, wenn du mal das, ich weiß nicht, ob du eine alte Version hast oder so, aber die Version, die ich hab, die geht total ab. Sobald der irgendwie in deiner Nähe ist, boom, kriegst du einen übelsten Trommelschlag. Ach, das ist so schlimm, ey, und dann kriegst du einen Herzschlag dadurch. Yay, ein Ei. Noch ein Ei. Ich weiß aber noch nicht, warum wir mal bei Minecraft zu gucken können. Hey, älter, spiel über Minecraft. Klopf, 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 ich mein aber Minecraft, ich weiß nicht. meine Paradise. Pick Paradise, yay. Oh Mann, ich verirre mich immer weiter, so ein Scheiß, wo bin ich denn? Ich bin wirklich ein Zorro, nicht zu fassen. Das hab ich auch nie angezweifelt. Einfach mal die Fresse halten. Du hast es doch behauptet. I want to for chemical things. Boah, Fickster. Das mit den Ranken muss ich mir echt mal merken. Oh nein, es wird ja schon wieder dunkel. Nein. Jetzt kann ich ja nachts hier mal mein Haus ein bisschen ausbauen, auch wenn ich nicht mehr viel Holz hab. Hey, wie soll man denn hier irgendwas wiederfinden? Oh toll, es regnet auch noch. Oh nein. Oh komm schon. Nein. Oh toll, jetzt hab ich die Lava auch gefunden. Oh Mann, wo ist mein beknacktes Haus? So ein Scheiß. Meine Höhle, wo mein ich? So ein Haus. So ein Scheiß. Och Mensch. Toll, wenigstens, aber ganz ehrlich, das muss man dir lassen. Dein Haus sieht man wenigstens. Denn da bei dir scheint ja das Licht auch toll. Oh, toll, auch noch. Creeper und es blitzt und ich hab grad ein Oh, ganz toll. 15.000 Creeper sind mir hier auf den Haxen. Oh Quatsch. Ich hoffe, dass du schon sicher in deinem Haus bist, denn jetzt könnte es ungemütlich werden. Oh mein Gott. Ich muss schon wieder bei Fremden übernachten. Nee. Wenn du mein Haus siehst, ich mach dir grad nochmal weg. Scheiße noch mal. Ich bin's doch nur, du Penner. Wie er sich erschreckt. Oh Gott, ey. Raus. Wie denn raus? Raus. Nein. Oh mein Gott. Die Tür wenigstens, mach dich mal nützlich. Was? Oh, eine Tür für die andere Seite. Eine Tür? Ja. Wie? Wieso, warum ich eine Tür machen? Du darfst jetzt vier Holz in mein Haus investieren. Los. Warum soll ich denn? Mano, lass mich jetzt mal ein bisschen Holz machen hier im Moment. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Was willst du denn, Mensch? Ich seh nur mal so aus. Hast du was gegen Enderman oder was? Das mein ich, wenn du so mutig bist wie ich dann möglich, du dich nicht. Genau in der Sekunde kommst du durch diese Scheiße. Komm, holst du eine Tür rein. Ich fand's gut. Oh, heilige Superscheiße. Oh, das hast du aufgenommen, oder? Ja. Oh, geil. Das muss ich mir auch gucken. Oh mein Gott. Das muss ich dann mal so per Cam... Oh, da hinten brennt's. Schöne Sache, ey. Per Camtasia reinziehen. Was ist das das? Was ist das denn da unten? Ey, ich wollte gerade die Tür einbauen, Arschloch. Endy wird kalt. Ich nehme mir gleich auch die Hälfte deines Hauses mit hier. Ich habe mich selten mal mit dem Soa-Schock. Oh mein Gott. Das ist ja immer noch, ey. So? Das ist ein scheiß Ding. Das ist ein gutes Scheißding. Du hast immer noch keine Fliegenpilze, oder? Nee. Ach, jede Nacht dasselbe. Mann, oh. Fork Chock. Toll, ich habe ein Ei. Was ist das? Ach, gebratene Schweinefleisch. Danke. That's very kind of you. Immer noch von dem Boden. Oh, oh, oh. Süß. Guck mal. Baby. Wieso bist du tot? Weil du mich mit dem Schwert geschlagen hast. Oh, toll. Und ich bin... Oh, super. Schön. Toll. Yeah. Wieso bist du tot? Du blöder Mixer. Jetzt bin ich auf der Flucht hier bei Blitz und Donnervorform. Lass es liegen, du Arsch. Ich mach's hier immer... Nee, ich mach's aber nicht. Toll, hier ist wenigstens... Irgendwo ist hier auch meine Bude. Toll, ich bin hier so in der Nähe von meiner Kacke gespawnt. Aber... Au! Nein! Nein, au! Lässt du mich in Ruhe? Ja, na toll, Creeper. Supi! Fuck! Das ist aufzuhören. Was? Ich werde dich so heimsuchen. Oh mein Gott. Hi, Zombie. What's up? Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Autsch. Siehst du mein Haus eben wenigstens? Nein. Stell mal eine Fackel draußen auf. Was ist denn das da? Das ist wahrscheinlich Lava, ne? Wow! Oh mein Gott. Das sind genau vor mir... Oh mein Gott. Da ist ein Creeper, der vom Blitz getroffen wurde. Oh nein! What the fuck? Ich glaube, den sollte man nicht hauen. Das sehe ich leider nicht. Oh, da bist du toll. Ja, super. Jetzt sehe ich deine Bude auch. Arsch. Wann! Du behinderter Arschge... Vielleicht bist du noch vom Blitz getroffen. Ja, toll. Bin ich gleich nochmal tot. Oh man, jetzt sind meine ganze Leben im Arsch. Autsch, lasst mich in Ruhe. Boah, aber genau vor mir. Hey, Halle Fruchtie. Ich glaube, wenn man vom Blitz getroffen wird, ist man instantisch. Bin mir aber nicht so sicher. Und über die Setzlinge, die kann ich mal teilen. Die können wir dann gemeinsam aufstellen. Deine Pilze. Deine Ersatzsteine. Deine Pflastersteine. Deine Knochen. Die können auch zwei dir. Einen hatte ich. Und die Blume von mir aus. Was fehlt noch? Warum kann ich die Sachen jetzt nicht aufnehmen? Bitte? Warum kann ich die Sachen nicht aufnehmen? Die war es wohl. Ja, ich kann die nicht aufnehmen. Bist du voll oder was? Nein! Die gehen einfach nicht. Warum geht denn das nicht? Ich sehe auch keine Sachen mehr. Echt? Ja. Komik. Ja, stimmt. Laut dem hin. Ja, okay. Dann habe ich einen Bug oder sowas. Was weiß ich. Umso besser für mich. Trotzdem, du Arsch. Dafür hast du einen Mega-Erschrecker, ey. Oh mein Gott. Was kann ich dafür, dass du so eine Pussy bist? Ja, hallo. Und die haste quasi diese Scheiß-Dings, ey. Das ist kein Scheiß-Dings. Das ist ein Enderman. Ich mag die. Die sind cool. Boah, das ist so cool mit dem Blitz und Donner. Das ist echt geil. Muss ich echt mal sagen. Ich habe endlich mal, endlich, endlich mal ein Creeper, Creeper, ein Creeper gesehen, der von einem Blitz getroffen wurde. Das sah schon cool aus. Blöde ist, der bleibt ja jetzt auch so. Na und, die spawnt doch eh. Der Heck, aber die spawnen doch nicht. Doch, oh Gott. Nicht zu fassen. Schon wieder so ein Skeptiker. Doch, Creeper und andere Monster, die spawnen. Ich habe den Beweis in einem meiner Videos. Hast du gerade mal ein Holz, was du da in die Lücke reinstehen kannst? Das nervt mich gerade das Loch. Mach mal einen Schnitt. Dafür, dass du mich gekehlt hast. Dafür, dass du mich so tot erschreckt hast. Na egal, du erschreckst dich auch, wenn irgendein Eichhörnchen dein Buckel hochkrabbelt, ey. Mach auch mal einen Schnitt.